So, hallo meine Gym Buddies. Heute mal zum ersten Vlog. Ich gehe zu einem Boxkampf, denn ein guter Freund von mir hat heute sein Boxdebüt. Er ist mittlerweile schon Profiboxer. Wir haben circa vor vier Jahren miteinander geboxt. Ja, es waren noch Zeiten. Ja und dann sehen wir uns drin wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Hast du dabei gemerkt, wie er so war? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!